gut nur ein einziges, was ist denn das? ja, ein einziges das kann nicht so bleiben wir haben 10 Millionen Mal Honig und ich bestehe darauf, dass wir noch ein Biokraftstoff-Dingsbums was ist denn das, ein Reiniger? Reinigwasserrohr? ok ich verstehe nicht man kann Reiniger herstellen neben dem gehen wir her, geil kann ein Wasserrohr an ich glaube das ist diese komische Pumpe die man direkt ins Wasser hält die dann gesäubertes Wasser an die an die Tierbewässerungsstationen macht weißt du es gab doch so ein neues Update da hat man gesehen, dass so eine Wasserpumpe das muss dieser Reiniger sein direkt mit den ne Sprinklern verbunden worden ist so muss man die nicht mehr nachfüllen aber soweit ich weiß, braucht man da auch Kraftstoff also wir müssen auf jeden Fall wir müssen auf jeden Fall noch diese Kraftstoff-Teil Tanks kann auch an Wasserrohre angeschlossen werden ich glaube da kann man das dann noch sammeln oder? in der Sonne kann man sowas sammeln ich weiß bloß nicht wie man es rauskriegt wo ist denn die Rohre wo ist denn die Rohre? ich sehe gar nicht wo welche also ich bin jetzt weißt du die hier? auf dem zweiten Subwurf dieser Truhe und da ist unten dieses rote Ding Biokraftstofftank da drunter ist ein Rohr ja das habe ich ja die Beschreibung sagt nützlich um Biotreibstoff zwischen verschiedenen Maschinen zu transportieren ich wette du kannst es damit auch annehmen ich habe dir eins daneben gebaut gerade das ist ein Wassertank deswegen kann Wasserrohre angeschlossen werden Rohre um Wasser zu transportieren also zur Aufbewahrung von Biokraftstoff da drunter ist ein Biokraftstofftank und da drunter ist jetzt die Raffinerie ich glaube wir brauchen die drei Teile das rote dann dieses orange Rohr und das was du da hast ich habe dir eins hingestellt aber jetzt muss ich auch erstmal was essen und was trinken weil ich wollte eigentlich schon lange auf die Insel ich brauche Zeug ich auch ganz viel Zeug was hast du mir denn hingestellt? du hast richtig mit einem Rohr vor allem mit einem einzigen Rohr ja ja lange weiter oder so ne kann man es dir nicht ran machen? ne irgendwie nicht man muss es dir unterbauen kann es sein hm hier unten kann man es ran machen hier unten kann man es ran machen ach unten drunter ja aber wie geht denn das? ich kann es dir nicht sagen ah so connected das man braucht davon mehr nicht nur eins ich habe es hier neben gebaut und dann hat es connected aber ich weiß nicht wie man das mit demil verbindet hier oben ist noch so ein man muss es oben drauf packen ich packe mich auch gleich oben drauf nein ich glaube man muss diesen Rohstoff diesen Komposter den du gerade hattest auf den anderen rauf stellen weil der hat die Befüllung von oben wir müssen den scheiß stapeln hm na ich werde erstmal meine Axt kaputt machen ich probiere es mal hier wo kein Dach drüber ist das hieße wir bauen das wow wie viel hält denn die Axt aus? ach mei komm lass mich rüber ich möchte nur hier hoch so na na du alte Sau rennst wieder weg es kann ja nicht sein dass es einmal automatisch geht und dann geht es doch komm ranja ich brauche deinen Kopf als Trophäe ich weiß es nicht warum kann man den platzieren was ist denn oh die rennt ganz schön schnell weg ja da muss ich wo mal ranja aber ich glaube ein Schuss reicht noch und dann ist sie weg was hättest du davon wenn du den Batterielade-Dingsbums neben den Biokraftstofftank machst wo ist er denn wo ist er denn hier unten hier unten ne da ja ich habe es noch nicht ich habe es noch nicht vielleicht muss man sich das mal angucken schönes Leder mit den Rohren kann man alles connecten aber mit zwei Rohren und meine Pfeile habe ich nicht mal komplett zurück bekommen das ist schon mal ganz gut so kann ich jetzt meine Achse endlich mal meine Äxte hinüber machen bumm erheblich der muss nach unten ich gucke mal ob ich das irgendwie connecte ja eigentlich wollte ich erst bei einer neuen Insel aufnehmen was möchte ich bei einer alten das war eigentlich mein Ziel erst mal eine Aufnahme zu machen wenn ich mir eine der neueren Insel Gruppen gefunden habe so die sind jetzt verbunden okay jetzt kann man das hier rein machen und ich bin nicht da so aber was jetzt jetzt könnten wir neue Sachen aufladen aber wie kriege ich das von hier da rein Kunststoff, Planke, Seil Kunststoff, Planke, Seil Kunststoff und Seil das fühlt sich doch immer ganz so Boah der kam mir auch gerade entgegen so die drei Bäume noch und dann kann ich endlich wieder zurück aufs Schiff nehm ich meinen Naden dann nehm ich mal die Haken und dann gehts mal ins Wasser ja dass ich glaube Kartoffeln rein zu machen ist nicht so richtig effektiv aber das bestimmt noch andere Sachen vielleicht die größeren Sachen meine Fris ist das Schiff groß das war eine Arschbombe ich hab gar keinen Platz mehr was ist denn los? und andere auch nicht schmeiß mal deine ganze Blumen über Bord ich schmeiß dich gleich über Bord aber das geht ja nicht wenn du da sagst dann tauchst der wieder auf das gibt es mir eh nicht vorgeben also keine Person neee das Spiel ist ja gemein alle die auf dem Schiff sind die können das Schiff nie verlassen die sind in Gefahr auf dem Schiff das ist ein ganz normaler Grund wenn man stirbt landet man wieder in seinem Bett ja aber nur im Easy Mode ne im Babymodus den wir hier spielen im Erwachsenenmodus was ist anders Barbie-Modus genau so dann eins zwei drei vier fünf ich brauch den Speer ich brauch überhaupt die Hakenreiche brauche mehr Blumen auf jeden Fall ich keine Sauerstoffflasche mehr Sauerstoff also Flasche erstmal hast du so viel Blumensamen her kriegt man jetzt mehr raus? naja ich hab welche angepflanzt kann man denn aus denen noch welche machen? ja klar man kriegt immer ein paar Körner also ein paar Samen zurück aber meistens doch irgendwie weniger die brauchen mehr Fackeln ich find man sieht hier nachts gar nichts ähm naja ein Ding es geht noch ich hab doch schon jeweils ja ein bisschen welche verteilt jetzt so du hast mir nicht gesagt wo 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 gut dann Sauerstoffflasche ja sei welche Blumen nachpflanze ich zum Beispiel gar nicht ob das schon was ist oder nicht hm 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 ich find's auch eigentlich irgendwie unkraktisch dass man hier 10 mal klicken muss um die Flasche vorzukriegen ok gut dann kann die jetzt erstmal hier rein aber ich seh schon ich hab bald kein naja kein 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 Klipper mehr das heißt ich kann sagen du hast keinen Sprachschatz mehr na dann weiß ich sowieso nicht mehr da muss ich drauf gehen äh ja ja mir bleibt die Sprache weg was macht man jetzt eigentlich mit den Edberglips äh äh keine Ahnung weiß ich nicht ich weiß dass man hier Klippe anfackeln muss ich weiß dass man hier Klippe anfackeln muss wie lauf ich denn ach diese schöne Zeit die werden wir nicht mehr haben was ist das ein paar Wochen oh Gott ey du jammerst und sonst jetzt ich so zur Info dieser Mann wollte gern ein Kind jetzt bekommt er bald eins und meckert die ganze Zeit rum darüber also Vorfreude sieht anders aus vor allen Dingen da wäre heute Monatstag ach ja ich tu dir Sauerstoffflaschen wieder rein ich hab wieder einige gemacht naja du meinst damit tiefer Luft umfangen ja damit du mich mehr ertragen kannst um zu ignorieren was du hier sollst du jetzt ich bin hier erstickt von meiner von meinem Blödsinn hier rohe Kartoffeln nimm auf wir können ja mal ausprobieren ob Erdbeeren besser sind wenn wir sie in den äh Biomixer da reinschmeißen weil Kartoffeln scheinen jetzt nicht das Gelbe vom Ei zu sein vielleicht gehen da auch Melonen besser keine Ahnung hast du dir schon angeguckt wie ich die Sachen connected hab deswegen ist das Auflade Ding jetzt unten äh gleich so dir fehlt eine Blumenkiste weißt du das? die Blumen? die sind doch hier drin alle du weißt dass sie fast voll ist ja du hast sie immer mit sämtlichem Müll voll was ist das? mir fehlen ja die Küsten mir fehlen Hagen damit ich ja nicht ins Wasser kann so die drei dürften reichen die mach ich erstmal eine Blatt so das Schweinekorb kommt immer hier rein ähm und dann gehts jetzt mal unter Wasser boah ist das mir ein geiles Wetter ok gut ab gehts